Es gab zwei Dinge, die in den letzten Jahren ziemlich groß waren. Das sind einmal Einhörner und zum anderen die Minions, die natürlich aus Ich-Einfach-Unverbesserlich stammen. Und bereits im ersten Teil von Ich-Einfach-Unverbesserlich gewinnt Gruja für Agnes das superflauschige Einhorn. Mit unseren Kräften bei Elbenwald war es uns möglich. Diese Formel, die die Einhörner aus Ich-Einfach-Unverbesserlich so flauschig machen, auf Bademäntel anzuwenden. Der komplette Stoff besteht aus Einhorn-Fell. Die Bündchen an den Ärmeln und am Saum unten sind aus den Hufen des Einhorns gefertigt. Genauso wie das Band, was zum Schließen des Einhorn-Bademantels genutzt werden kann. Die Mähne sowie die Ohren und das Horn bleiben dabei allerdings an ihrem originalgetreuen Platz und stehen 3D-mäßig von dem Mantel ab. Und natürlich gibt es auch noch eine Anspielung an den Film Ich-Einfach-Unverbesserlich und an die Szene It's So Fluffy mit dieser Stickerei. Und da es Einhörner nicht in unbedingt vielen verschiedenen Größen gibt, gibt es diesen Bandemantel auch nur in der Einheitsgröße. Diemö não auch nur in der Himmels